guten morgen alle zusammen so overgrowth ich bin mal gespannt ist ein lustiges häschen jump and run und hau dich tot wollen wir gucken das ist ein bisschen angezockt jetzt viele leute im stream das ganze ist jetzt auch mit als aufnahme geplant für youtube das heißt die liebe youtuber das ganze ist über steam aufgenommen worden dream meine ich über ein stream und sie ist gerade ich habe hier zwei verschiedene story modes overgrowth story und lugaru glaubt lugaru war die erste story und overgrowth kann man auch irgendwie sowas hatte ich mal gehört white flags my favorite port white flag do spanners help avoid rocks at night immer gespannt ich bin mal gespannt ladezeiten des todes session ladezeiten des ladezeiten des mouse button to continue return to skip okay yeah i guess days were short last time i visit that reminds me the locals are really into this solstisch holiday did you burn an offering burn an offering totally forgot what day it was good thing i won't wearing orange backpack at least aha i hope prior is merciful to you last time i missed an offering i got caught into in a storm the very next day okay also ich komme gerade auf einer insel an wahrscheinlich zu einem feiertag look around das ist der hese 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 jump in oh w a st läuft base to jump das kriegen wir in ab was lootbares nur bunt all space to jump higher wird zum klettern oh ja also hold space geht mal ja ja wenn sie und dann gewöhnen ja ok kalt sie auch überall fest nicht schlecht hallo ich will never go with you you can walk or we can drag you by your ears ouch hey you look big and strong should fetch a good price you bet you can afford it with you both linker maustach ok kalt sich überall fest habe ich jetzt das gemacht du bist du du blöd mann ich wollte eigentlich in den abgrund stoßen hier aber es gibt gerade nicht so thank you about time someone taught these bandits a lesson yep are there more of them yes too they are over that way i thought nothing ever happened here they usually just take some crops but something's gotten into them this time okay also die leute machen hier dieses dorf wohl öfter mal die hülle heiß über diesen dorf hier und äh diesmal machen sie halt nicht nur einsammeln von irgendwelchen welchen welchen hier ne drops halt hier da früchen dem zeug hier wahrscheinlich sondern wollen auch die leute hier irgendwie mal ditchen hey there are you all right there is going to be trouble when they tell their boss we are resisting we should just do what they say nope white flake flex is an attempt name for this place why not just call it surrender village i'll show you how to deal with the spendits okay darf ich die banditen holen surrender village klingt auf jeden fall sehr lustig ah shift move sneak easy bro easy ja ist ja gut lass mich aufstehen du penis hat er mich jetzt hat er mich jetzt ernsthaft when you knock down okay wunderbar du hast mich vorhin die ganze zeit geschlagen du hast mich vorhin gehauen du hast mich immer wieder gehauen so sehr schön hab ihn hey mccoy grüß ich bin morgen und nochmal nach treten sicher ist sicher ja wie du stehst wieder auf ich habe schon blutige ohren aber ich mache hier einen auf großen okay das heißt ich lege mein rucksack da wahrscheinlich ab okay freedom is just a slavery to one's own basic instincts okay okay we owe it to them to guide their forest toward the greater good okay look at those small as me temper and vacant eyes they were bound to surface silver captain of the windcutter okay netter typ looks like campfire smoke i must be getting close that's my lucky day i just needed one more slave to fill my quota foam kommt wieder einer so bist du wo bist du da hallo gut geblockt kommt noch mal okay also das ausweichen bringt tatsächlich punk in der dose die maustürung ist ganz extrem hoch moment moment war ja jetzt kann ich auch wieder sehen wo ich hinlaufe ich glaube ich muss da runter campfire und schock campfire ha 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 oh oh ja 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 gar nicht einfach wenn knockdown press shift to roll your feet okay ja du darfst dich gerne loslassen wir haben immer hauptsache er kreilt sich mitten im kampf erst mal fest noch mal hinterher treten sehr gut auch geiler springst durch die gegend und ja es ist ein bisschen brutal alter bunny krieg ne i guess it's his last catch over there okay haben sie gefuttert oder was must be more of them don't like leaving work hard on okay das heißt ich hau die nächsten platt lustige axt kann ich die auch nehmen ich bin schon voll am bluten hier also es gibt ja keinen keinen hat oder kein overlay was einem jetzt sagt wie weit man ist mit dem die krabbel muss ich noch ein bisschen üben shift while running or jump to roll okay flying rabbits hallo please help my friend don't pound i can just leave you here blablabla okay du siehst aus als würdest du gleich sterben heute von mir kann man sich damit eigentlich selber wehtun so weil man immer auf dem hintern platscht weiß auch gar nicht es gab vorhin eine splitscreen option ob das eventuell um multiplayer geht das ist mir lustig anyone else want to try something yep oh hey you will never take us alive don't worry hol die bösen hasis hallo wo ist bei wo ist bei was das jetzt i thought we were the only ones willing to fight back nice to see i was wrong yeah you was right i had the same thought in the case come with me there danke oh ja 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 ich feite auch zurück ich bin voll der megapro who cares where they came from could be sent by kyo herself for all it matters okay they pay more than we got in the war and this time we get to be on the winning side that the camp aber hier wird erst mal die erste folge für youtube beenden das war das angezockt mit overgrowth herzlichen dank fürs zuschauen die nächsten folgen kommen sicherlich noch mal ich werde noch mal die ein oder andere runde hier weiter zocken auch im stream und dann wie gesagt diese folge mit laufen lassen wenn ihr interesse habt schaut einfach wieder rein entweder bei twitter oder bei youtube ist dann tschau